Musik So, er gehört mich an. Ich sehe, da kommt ein Ringer. Das wäre schon die erste Geschichte. Wenn er wissen will, wie er will, bumm. Okay, er gibt ihm hier schon eine Reihe, dass er erst gar nicht runter kann. So, wie gesagt, er ist jetzt hier runter. Wir stoppen den hier. So, jetzt. Hier richtig stabil. Jetzt spüre ich hier den Kopf. Stoppen. Stoppen. Hier hinten so. Einmal in der Realität gemacht mit einem. Funktioniert wunderbar. So. Okay? Und ein bisschen durcheinander. Also, das ist euer klassischer Sproul. So, da an. Hier. Tief. Okay? Dann haben wir ein Problem. Aber wir müssen hier reinkommen. Schnell wie er hier. Okay? Ja? Ja. Es muss wirklich schnell sein, weil Ringer sind schnell. Und wenn er hier nach hinten geworfen wird, das kann recht gefährlich sein. Okay? Deswegen damit nicht scherzen. Okay? Gut. Probiert mal. Also. Ja, kommen Sie rein. Meine Hände an seiner Hüfte. Genicht in den Maul. So. Alles gut. Alles gut. Wir schaffen das. Alles gut. Wir schaffen das. Zwölf. Und zwölf. Und zwölf. Ja. Okay? Also. Ihr habt jetzt gepennt. Und er wird durch. Wir sind hier. So. Okay? Also so. Eine Mischung aus Guillotine und Tomoyenaki. Und wenn er hier reingeht. Wenn er jetzt auf den Fehler kommt, dass das Bein hier vorne ist. Oder er zeigt, die kriegt was. Oder immer. Ich falle. Und das Bein hier drin. Ich kann ihn jetzt nach hier werfen. Oder so. Mir gibt es jetzt von hier. Ich bin hier. Und das mache ich echt vorsichtig. Das. Okay? So. Okay? So. 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 So.